Nummer 5 Roventa Powerline Extreme ist ein leistungsstarker Elektrobesen, ideal für alle, die eine effektive Lösung für die Reinigung aller Arten von Oberflächen suchen. Dank der starken 750 Watt Leistung und dem HEPA-14 Filtersystem entfernt er mühelos Staub, Haare und Allergene und garantiert eine noch tiefere und gründlichere Reinigung. Der 0,9 Liter Behälter und das 8 Meter lange Kabel ermöglichen es Ihnen, große Flächen ohne Unterbrechung zu saugen und mit dem Leistungsregler können Sie die Saugleistung an Ihren Reinigungsbedarf anpassen. Der Staubsauger ist nicht nur leistungsstark, sondern dank des vertikalen Anschlags und der integrierten Kabelaufwicklung auch einfach zu bedienen. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 4 Der Roventa ist ein leistungsstarker Elektrobesen mit einem kraftvollen 750 Watt Motor und einem 0,9 Liter Behälter, der dank seines 6 Meter langen Kabels einen großen Aktionsradius bietet. Die Wartungsfreundlichkeit ist eine seiner Stärken, auch dank des effektiven Filtersystems, das die feinsten Partikel auffängt. Darüber hinaus lässt sich die Leistung für eine noch präzisere Reinigung einstellen. Das Gewicht von 5 Kilogramm macht ihn allerdings etwas schwer. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3 Der Hoover Diva Elektrobesen ist ein vielseitiges und leistungsstarkes Produkt, ideal für die tägliche Reinigung aller Arten von Oberflächen. Dank seiner hohen Saugkraft, ausgestattet mit einem 750 Watt Motor und einem beutellosen monozyklischen Auffangsystem, garantiert der Besen eine hervorragende Leistung. Mit dem Zubehörpaket, das eine Parkettbürste, eine Düse und Bürsten für empfindliche und mehrschichtige Oberflächen umfasst, erreichen Sie jeden Winkel des Hauses. Ein Schwachpunkt ist das Gewicht, das mit 4 Kilogramm etwas schwer zu handhaben ist. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 2 Der DeLonghi Colombina Class ist ein leistungsstarker und vielseitiger Elektrobesen, der eine optimale Reinigung auf allen Arten von Oberflächen ermöglicht. Mit einer Leistung von 450 Watt und einem Tankinhalt von 1,3 Litern deckt er eine Reichweite von 6,5 Metern ab. Seine Manövrierfähigkeit ist eine seiner größten Stärken, die ihn für jede Art von Umgebung geeignet macht. Darüber hinaus ist das Filtersystem sehr effizient, ideal für Allergiker. Das Fassungsvermögen des Tanks ist ebenfalls zu schätzen, da er nicht so häufig geleert werden muss. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 1 Der Kletronik BS 1306 ist ein leistungsstarker Elektrobesen, der eine gute Saugkraft und eine große Auswahl an Aufsätzen bietet. Ausgestattet mit einem eingebauten Staubsauger, ist er perfekt für die tägliche Reinigung. Durch sein leichtes und kompaktes Design und den an der Wand montierten Ständer lässt er sich außerdem leicht verstauen und nimmt nicht viel Platz weg. Trotz seiner festen Leistung ist dieser Elektrobesen sehr effizient und verfügt über ein hochwirksames monozyklisches beutelloses Auffangsystem. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017